Hallihallöchen und herzlich Willkommen hier zurück bei Digimon Stories. Ja, in der letzten Aufnahme sind wir ja, naja, haben wir ja besser gesagt, Peti zu seinem rechtmäßigen Besitzer wiedergebracht, der irgendwie ein Geist war und ja, irgendwie so. Ich weiß das nicht mehr so. So, vorab ne kleine Info, falls ich heute ein bisschen verpeilt wirke, weil ich das ja sonst nie tue. Ich gebe es zu, ich bin nie verpeilt, auf jeden Fall, wenn heute irgendwie ein bisschen eigenartig läuft, dann liegt das daran, dass ich so übermüdet und so vollkommen überarbeitet bin, dass heute auch echt nur eine kurze Aufnahme hoffentlich stattfindet, weil so lange will ich gar nicht. Ich muss morgen wieder um zwei aufstehen und es ist Sommer und es ist heiß und ich kann nicht schlafen und um zwei aufstehen, Frühschicht und uah. Naja, ich will euch hier aber nicht voll quaken, wenn wir auf ein Digimon Story spielen. Und erst einmal ein ganz, 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 ganz großes und liebes Dankeschön an Iris, ne, die, die mich darauf gebracht hat, dass, naja, mir noch ein Add-on fehlt. Und ja, so wie du das in Folge 140 beschrieben hast, ähm, es war da tatsächlich noch ein Add-on gewesen. Ich bin total, ich war total schockiert darüber, ich bin der Meinung, ich habe alle installiert, aber das ganze Add-on fehlt mir ja noch. Also jetzt könnte ich wohl auch den Blazed-Mode machen und Black, Gabumon und Argumon bekommen und das ganze, was das noch beinhaltet, was ich keine Ahnung habe. Ja, deswegen gehen wir jetzt mal raus, denn vor der Tür soll die Person stehen, die uns diese Digimons, naja, überreicht quasi. Also würde ich mal sagen, damit starten wir heute gleich mal und ganz, ganz lieben, danke. Dankeschön. Fangen wir mal an. Huch, gleich anruf. Akata, hey. Äh, sorry, but I am in a hurry, I have a message for you. Come to Obaida, Odaiba. Zuedo said that the weakened Examon will be heading back there. It's your chance to defeat Examon, help Zuedo. Listen up, Zu, come along, don't tell Kiyoko or anyone else, just you. See you later. Okay, nach Odibar, ja, Obida, wie hieß das? Nach Obi-Wan Kenobi müssen wir jetzt. Und Ex, ich, ich kann Arata aber irgendwie nicht mehr vertrauen und den Zuedo will ich schon gar nicht helfen. So, das soll die Person sein. Thank you for downloading this content. This is the DLC deliverance this time. Take good care of it. Yeah, optimal downloadable content, Agumon Black. Oh dear, it seems your party memory is full. To download Agumon Black you need at least, äh, ja, okay. Speak with me again on the, aha, okay. Oh dear, it seems, was, Agumon Mail, ich hab noch Kostüme? Ah ja, stimmt, da war was. Ich hab mich, ich hab mich die ganze Zeit gefragt, wo das ist. Ja, ist ja gut, was, was, was ist mir denn, was zur Hölle ist mir denn alles entgangen? Ich bin schockiert. PanicBarriere DX, NoiseGuard DX, HP Spray A dreimal. Es, was ist, Powerpoint, ey, cool sogar. Alter, sogar noch Buff Food. Ja, ich, ich weiß, danke. Researcher USB, warum hab ich den nicht? Oh Gott, was ist mir denn alles? Full Rivals, okay, ja, ja, ist, äh, 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 äh. Alter, was ist mir denn alles entgangen? Oh Gott, ich bin so schockiert. Jetzt dürfen wir jetzt mal unsere ganze Party auflösen. Ich muss das jetzt erstmal machen. Ich bin total schockiert. Warum, 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 warum? Weil ich so ein netter Kerl bin? Wirklich deswegen? Ding, nee, nicht organisieren. Ja, nee, Researcher, nein, Tactical, ja, stimmt, Researcher war ja etwas, was mich überhaupt nicht interessiert. Schade. Ich dachte jetzt, Researcher wäre der Tactical USB gewesen. So, hier können wir auch nochmal reinschauen. Ja, bitte gib mir mal. Äh, das soll wohl, soll mich hier wohl auch vertan haben. Command, Devolup, ja, 1000. Nehme ich doch die ganze Zeit, oder nicht? Nehme ich das nicht die ganze Zeit? Ich bin verwirrt. Das soll bei 1000 kommen, der USB-Stick, aber das nehme ich doch, oder nicht? Oder bin ich persönlich jetzt falsch? Ich weiß es doch auch nicht mehr. Ich weiß, dass wir jetzt gegen Exxamon kämpfen müssen. Scheinbar nochmal. Ich darüber irgendwie sehr mäßig begeistert bin, weil ich gerade erst angefangen habe wieder und... Irgendwie muss ich aufhören, das so zu legen, dass das alles so liegt. So, wir haben ein Black Argumon. Cool. Was können wir denn damit überhaupt? Der hat Abi 20, das ist schon mal gut. Den können wir ja... Eigentlich nehme ich ja die Blackies jetzt mit, ne? Dann move'n wir den mal hier hin. Den müssen wir jetzt erstmal alle wegmoven, um zu gucken, was wir da jetzt überhaupt alles bekommen. Ja, ja, von mir aus kommt auch, kommt auch erstmal ganz kurz weg. Ich weiß, ich weiß. Aber wir müssen gucken, was wir da jetzt erstmal alles genau bekommen. Der hat uns so viel, äh, die wollte uns so viel anbieten, die Alte. Quasi ihren ganzen Körper wollte sie uns anbieten. War mir ein bisschen unangenehm, aber wir machen das jetzt einfach. Da hat er die ganze... Da hat er fast 150 Folgen ohne sein DLC gespielt. Das ist ja unfassbar. Ja. Gabumon Black. Argumon Male Kostüm. Ich weiß nicht, was das sind. Warning. If you digivolve or digivolve Argumon Male Kostüm, it will not be possible to undo it. Ich weiß nicht, was undo heißt. Argumon Fee... Was, 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 was ist das? Argumon Tai. Ach, Tai. Ja, Tai. Tai kenne ich sogar noch. Kamm USB. Was gibt sie uns? Kann sie, kann sie mal aufhören? Wir werden hier mit Items zugeschissen, Alter. Schön, irgendwie. So, was haben wir jetzt alles? Ich bin total verwirrt, was wir jetzt alles bekommen haben. Was, 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 was haben wir hier für komische... Was, 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 was haben wir hier für komische Argumons? Was... Aha, toll. Tai. Ja, das erkennt man. Ich bin total verwirrt. Sind die eigentlich stärker? Oh, der ist ja sogar noch stärker. 83. 78. 88. Okay. Haben die andere Skills. Accelerating Boost. Heal. Aha. Chain Plus. Was? Die, die, da dürfte ich ja eigentlich gar nicht... Die müsste ich ja eigentlich behalten, ne? Die, 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 diese Argumons, weil so wie ich das jetzt verstanden habe, ist es nicht mehr rückgängig zu machen, wenn wir die einmal digitiert haben. Deswegen behalten wir diese Argumons einfach mal. Wir trainieren die nicht, sondern wir behalten die einfach. Gut, dann bewegen wir alles wieder zurück. Ich hätte das Offscreen machen können, aber ich, ehrlich, ich wollte das nicht Offscreen machen, weil ich nicht genau wusste, was mich erwartet. Deswegen machen wir das jetzt schnell so. Geht schon, oder? Pass. Gut. Mir fällt noch hier, Belze. Dann nehmen wir aber die, die, die anderen Heinzels hier mit, ne? Können die sich in andere digitieren? Choranumon. Müssen wir ja rein theoretisch hier. Obtain First Edition Exklusiv Digimon. Ist das denn ein Black Greymon? Gibt es doch bestimmt dann auch, oder? Dann müsste es doch rein theoretisch auch ein Black Greymon geben, ein Black Garurumon. Zwischen. Ja, die machen wir uns auch. Cool. Und was haben wir jetzt nochmal, was, was haben wir jetzt nochmal alles für Items bekommen? Oh Gott. Und das, 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 oh Mann, wir wären schon längst durch. Hätte ich diese Items schon vorher gehabt. Wir hätten nicht ein einziges Mal verloren und, was weiß ich, Medical Spray DX, das ist auch geil. Wir hätten nicht ein einziges Mal verloren. Dreimal Brave Point C. Wen geben wir denn das? Belze, Mann, wa? Ja. Das geben wir Belze, Mann. So, da geht er jedes Mal schön Level ab. Freut er sich. Friendship, Friendship DX. Geil. Schön. Aber schön, dass ich das jetzt erst alles mitbekomme. Noch ganz viel Buff Food haben wir auch noch. Was ich noch nicht genau weiß, was wir damit machen sollen. Oder wen wir das geben sollen, sage ich mal so. Was ich damit machen soll, weiß ich, aber wen wir das geben sollen. Gut, dann haben wir ja alles. Dann können wir uns jetzt ja im Kampf gegen Examon stürzen. Ähm, yay. Da hat er das einfach alles übersehen. Haben wir genügend Zeug, was wir da genügend Zeug haben? Wie viele haben wir? 22. Easy going. Hast du noch Medical Spray? Ja, wie viel haben wir? Kaufen wir nochmal drei von. Weiß nicht. Das hier könnte man vielleicht noch. Da kaufen wir auch nochmal zwei von. Wobei, wir haben noch welche, die... Ja, wir... Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was uns erwartet. Ich rechne mit einem Kampf gegen Examon, weil... Oder einem Kampf gegen Arata. Irgendwie was... Sowas wird es werden und es wird nicht lustig werden. Na, nach Uibada. Ich habe definitiv Angst. Wirklich Angst. Panische Angst. Aber das wird schon. Irgendwie... Irgendwie wird das schon. Irgendwie. Cross-Counter. So. Vielleicht können wir ja noch ein bisschen leveln. Jetzt haben wir Black... Die beiden Black Argo Mons und Black Gabumons dabei. Jetzt können wir eigentlich nur noch gewinnen. Also eigentlich dürfte jetzt gar kein Problem mehr sein. Ballern wir die mal alle ab. Mal sehen, was alles so stirbt. Sehr schön. Sehr schön, sehr stolz. Nightmare. Und der ist dann auch weg. So muss es laufen. Yay. Die gehen alle level up. Max. Oh, Max. Cool. Der ist auch max level. Anti-Panik. Grand Walk. Ja, okay. Wir sind ja gleich da vorne. Dann können wir die einmal hin und zurück digitieren lassen. Gibt es denn auch einen Black Omni-Mon? Ich meine, wenn wir Black Wargrey-Mon und Black Metal Garuru-Mon haben. Der war gerade nicht. Ich habe überlegt. Das war jetzt ein bisschen peinlich. Und die zusammen... Gibt es denn einen Black Omni-Mon? Das wäre ja irgendwie cool. Ein Black Omni-Mon hätte natürlich was. Aber ich glaube da leider nicht dran. Leider, leider glaube ich da nicht dran. So, hauen wir den auch weg. Den haben wir da hoch. Jaku. Äh. Sehr schön. Zwei Level. Drei Level. Zwei Level. Ach, ich liebe das. So, dann digitieren wir schnell mal die Blackys hier. Ja, hier, die können wir noch gar nicht. Der muss Level 16 sein. Ja, ich denke mal, wenn wir den jetzt zu ein digitieren lassen und wieder zurück, dann geht das, oder? Ja, Gott sei Dank. Ich hatte gerade ein bisschen Schiss gehabt, muss ich sagen. Ich gebe es zu, ich hatte Schiss. So, Gabumon dann auch. Oh, den können wir sogar. Dann wäre das doch ein Black, oder? Digitiert zu. Black. Gibt es hier eigentlich wirklich ein Black? Oder ist das hier nur eine Fantasie? Hat sich das irgendjemand ausgedacht? Oder ist das wirklich ein Black? Oh, ein Black sieht aber cool aus. Oh, das ist ein Hünchen. Ich digitiere den aber nochmal wieder zurück. Einfach, weil wir es können. Warte, ich wollte es noch ganz kurz. Ja, der würde dann zu Black werden. Den digitieren wir aber nochmal ganz kurz zurück. Einfach nur... Ja, weiß ich auch nicht. Haben die eigentlich volles Kamm? Brauchen die kein Kamm? Ach, ne, Kamm. Ja. Hat sich erledigt. War doof von mir. Hätte ich besser wissen müssen. So. Bevor wir es jetzt aber besser wissen. Speichern. Weil wir haben so viel neues, schönes Zeug bekommen. Da muss man erstmal speichern. Das ist Pflicht. Organisieren. Wen packen wir denn mal rein? Nein, dich packen wir rein und dich. Dich packe ich mal, glaube ich, eher für dich rein. Oder? Ja, dann ist alles mal vertreten. Okay. Angst. Angst, 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 Angst. Yay, ein Examon und ein Arata. Und ein Examon und ein Arata. Und scheiße. Jetzt hör doch mal auf, die blöden Iter einzunuckeln. Das ist ein bisschen widerlich. Ah, hier you are. I've been waiting. I will take care of that big thing first. I... It'd be messy if your butts start showing up. Yes, Threator told me all about it. You softened up Examon, right? Way to go, Cyber Slate. Yeah? Yeah. Okay, this one. This is the one you are worried about. It's pretty convenient being able to devore anything. Eaters, Digimon, even human beings. Really? I just... I want to eat and eat and eat and I can't stop. I can't help it. It's like I'm always starving. The more I eat, the more power I gain. But at the same time, I'm able to feel less and less. Huh? The strange thing is that... That is not as bad as I might have through. For whatever that's worth. Does that repulse you? I suppose it would have to. Man hör doch auf mit der Scheiße, man. Du dein machthungriger Zombie-Abender. Was? Was ist das? Was ist das Problem, dass ich so stark mache? Es ist nicht so, dass ich etwas schreckliches machen möchte. Es war etwas, das ich so lange vergessen habe, und ich erinnere mich, was es war. So, ich werde es enden, und um das zu tun, brauche ich Kraft. Mehr, 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 mehr. Wurmmeln brauche ich auch. Es ist, weil ich es erinnere mich. Ich habe nichts mehr zu schieben. Und alle meine Erhöhungen sind weg. Natürlich, du kannst immer noch aufhören damit, was du da treibst. So, ich stehe weiter, egal was passiert. Ich werde nicht mehr versuchen, zu rennen oder zu schieben. Aber, woran hat er sich denn jetzt erinnert? Aber, wer ist das alles? All of that. You are right. Let's just leave that for now. The real matter I had at hand is this huge thing. Okay, I'm going to start. Was? Nein. Mit Arathar? Ich will jetzt irgendwie nicht gegen Examon kämpfen, wenn ich weiß, dass das hier Arathar nicht mehr alle Schuppen auf den Augen hat. Machen wir mal Holy Light. Mal sehen, wie viel Damage jetzt. Ja, ist auch nicht gerade besser. Ist auch nicht gerade die Wurst vom Teller. Weil, wenn wir jetzt extra mal schwächen und Arathar saugt ihn auf, denn das ist doch scheiße. Kann doch nicht sein. Kann doch nicht machen. Ja, dich kann ich nicht gebrauchen. Okay. Ja, tut mir leid, Seraphimon. Den musst du leider weg. Und zwar gegen... Naja. Elzimon, der ist zwar noch nicht so stark, aber wir setzen ihn trotzdem mal ein. Stimmt, den können wir jetzt ja auch digitieren lassen. Das habe ich gar nicht nachgeguckt. Verdammt. Oh, das habe ich ganz vergessen. Stimmt, ja. Den können wir digitieren lassen zu Blazen Mod oder sowas. Dann muss ich mir nochmal angucken, wie das geht. Hm. Das wäre schön. Dann kriege ich Schaden. Hä? Ich frage nicht. Ich mache einfach. Aua. Naja, Attack ab. Mal sehen, was Bale zum Monster kann. Ach, für sie... Hä? 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 Noch nicht sehr viel. Aber wir machen mal seine Hauptattacke. Sein Knarren. Mist, ich das schon lese. Aber warum kriegen wir jetzt die ganze Zeit Schaden? Hä? Hä? Sehr gut. Aua. Müssen wir ein bisschen auf unser Leben aufpassen. Das kriegen wir die ganze Zeit. Ist das seine Spezialität? Ist das seine Spezialität? Dass wir Schaden bekommen und er... Also, dass wir Schaden bekommen und dann dadurch in Stärke gebufft werden. Sehr gut. Jetzt kriegst du wieder ein bisschen Schaden. Macht nix. Aber dein Angriff geht hoch. Nö. Nö. Eigentlich behalte ich die erstmal. Der kann ja auch heilen. Ja, super getroffen. Und dann trotzdem Schaden bekommen. Das ist ja ungerecht. Inspect Handle. Händler. Ich mag das nicht, was der da... Ich bin da kein großer Fan von, was der da macht. Muss ich jetzt mal... Muss ich jetzt mal ganz ehrlich gestehen. Ich finde den Weg, den Arata eingeschlagen hat, nicht gut. Und ich hoffe, er kommt noch von diesem Weg irgendwie doch noch irgendwie ab. Weil... Ist es voll uncool, was er da treibt. Voll uncool. Macht man nicht. Bom. So, Belsenmann zeigt, was du kannst. Schade, dass du noch nicht höher bist, aber... Wir kommen bis jetzt gut gegen Exxamon an. Tag ab. Ich kann mal ein Medical Square nehmen, wa? Dann ist auch wieder das ganze SP wieder da. Was wir jetzt ja gerade alles verschnuffeln. Das wird jetzt wehtun. Das wird garantiert wehtun. Nein? Bin ich schon tot? Nein? Okay. Nichts passiert. Ich hatte keine Angst, nur weil er plötzlich eine neue Attacke gemacht hat. Wäre ja... Lächerlich. So. Greasing ist... Angst. Angst, Angst, Angst. Panische Angst. Schnell alle hochheilen. Panische Angst. Irgendwas mit irgendeinem Atem. Gefällt mir nicht. Oder atmet der einfach nur schwerfällig, weil wir so stark sind. Ich hoffe es. Nicht, dass er hier gleich irgendwie sowas wie Solarstrahl oder sowas, weißt du, was ein paar Runden auflädt und dann ballert der uns hier gleich mit einer Suppe weg. Das wäre natürlich... Das wäre natürlich... Unangenehm. Aua? Bestimmt. Oh ne doch nicht. Bitte hör auf sie zu buffen. Danke. Will ich leider gezwungen dich zu töten. Habe ich schon gesagt, dass sie Exxamon haben will? So dass sie nicht damit äh... konform bin, was die hier treiben. Hey, mit Combo. Sehr schön. Auch wenn ich langsam ein bisschen Schiss bekomme. Weil es gegen ein Ende zugeht und er bestimmt gleich voll den Angriff macht. Er wird uns gleich so wegpusten. Irgendwie habe ich das Gefühl... Da kommt doch gleich was. Der hat sich jetzt mit allem gebufft. Mit Geschwindigkeit, mit Attack, mit Crit. Dann muss doch noch irgendwas kommen, was uns hier... Pendragons Glory. Ja, jetzt bestimmt. Das interessiert mich nicht. Dragonet... Oh Gott. Das sieht aus, als ob ein Aue wird. Was? Ja doch nicht die Kleinen. Wir können doch nicht die Kleinen mitnehmen. Hallo? Sei doof? Die armen kleinen Arguments. Kann nicht sein. Ja, change, wa? Dich... Eigentlich ja alle, oder? Dich mit dem... Dich mit... Ich nehme die Platins rein, wa? Weil... Lustig? Boah, Greymon. Komm, du musst auch noch mitspielen. Ich weiß nicht warum, aber der spielt jetzt auch mit. Vor allem die Platins sind, glaube ich, sehr stark. Ich habe sehr großen Respekt vor dem Platins. Das meine ich ernst. Death Pretending Attack. Double Fire Damage to one. Aha. Auf alle. Okay, dann machen wir einfach diesen komischen Tornado, der zwar jetzt blau ist, aber wir machen jetzt den Tornado. Huch, der macht ja sogar Damage. 275. Yay! 15.912. Na ja. Credit hier. Und 80.000 Geld ist natürlich auch was, was man nicht verachten sollte. Und das Looks... Vielen Dank.